Hallo liebe Gäste und ganz herzlich willkommen auf MS Atania. Schön, dass Sie sich für unsere Kabinen interessieren. Ich bin hier in der Kabine 7223 auf dem Jupiter-Deck der MS Atania. Sie können sich gerne in unserem 360-Grad-Video umschauen und vielleicht sehen wir uns dann ja bald. Bis zum nächsten Mal.